Ich habe schon wieder Langeweile, also nehme ich noch mal teil. Ich komme hier vor wie in einem Rute-Cartoon, denn die Teilnehmer bilden die Shit-Happens-Show. Müsste eigentlich alle Unfähigen hier zu sehen, doch wer soll da noch Punkte vergeben? Wer Veranstalter ist ein unfähiger Juror. Aber das ist dann auch der einzige Grund, warum ich letztes Jahr verlor. Wozu denn den Takt treffen? Das ist doch Standard-Scheiß. Es ist doch viel schöner, wenn man die Konkurrenz verfleischt. Was gab es denn für MC Fritti an Preisgeld? Oder ist das wie mit dem Alter, dass du dich nicht an die Regeln hältst? Die zweite Staffel folgt direkt auf die erste. Willst du mit dem Battle Fame werden? Gegen Peter Drehgrad habe ich mich verloren. Nur das Regelsystem hat ein wenig rumgesponnen. Ich frage mich echt, welcher Spaß das gemacht hat. Ach ja, du hast es. Sonst hätte ich den Peter flatt gemacht. Ich schreibe einfach ein paar sinnlose Lines. Aber trotzdem willst du mich ins Battle rein. Denn jeder Teilnehmer bedeutet mehr Aufrufe für dich. Und dazu wirst du noch gerne in den Arsch gefickt. Du wartest nur auf einen schwulen Teilnehmer und willst ihn dann in Redive einladen. Sag, warum machst du dieses Battle? Na, du lächst andere Kohle für dich scheffeln. Aber so viel Geld kann es auch nicht werden. Denn dafür bräuchtest du Niveau-Follower-Fonds. Und wie viel du davon hast, wissen wir ja. Nämlich gar keinen. Und zum Abschluss noch eine Leine-Double-Time. Nee, das wird scheiße. Lass ich lieber sein. Bis zum Abschluss noch eine Leine-Double-Time.